Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei Battlegrounds mit Moonboon und Fuchs. Hallo Fuchs. Hallo Moonboon. Wir befinden uns heute im Arati-Becken. Leck, bist du das? Wir. Was hast du für ein stylishes Transmog? T6 Paladin. Das ist T6 Paladin. Yes. Hallo, du siehst ja aus wie ein Glühwürmchen. Oh ja. Ja, das brauche ich auch mit meinem Paladin. Nice. Okay, auf jeden Fall befinden wir uns im Arati-Becken. Ich bin dabei mit meinem Elishami. Ihr kennt ihn ja inzwischen. Bzw. so kennt ihr ihn noch nicht. Aber so werdet ihr ihn kennenlernen. Spätestens am Freitag in der Arena. Oh yeah. Und Fuchs ist dabei mit seinem... Kann ich dich als Paladin bezeichnen? Warum? Weil du eher ein Glühwürmchen bist. Bin Restruktion Paladin oder Vergelter oder wie es auf Englisch heißt. Okay. Fuchs ist Vergelter Paladin. War verharscht, gell? Betrachten. Oh ja, das sieht gut aus. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Sehr gutes Gear hier vom Fuchs. Schau lieber mein Mount an. Ist das das Paladin-Eleg? Ja, schau mal die vielen Hörner an, wo er hat. What the fuck? Die sind voll schön. Hey, warum ist das... Was ist das? Das ist das Paladin-Eleg. Es gibt extra ein Paladin-Eleg? Ja. Das ist voll cool. Das will ich auch. Tja, wir gehen zum Sägewerk, denke ich mal. Ja, denke ich auch. Ach, du bist so schnell, gell? Na los. Warum bin ich so schnell? Hoch mit dir. Geh tappen. Ich bin der Schnellste mit dem Schlechtesten Equip. Man kann nicht alles, Hanfuchs. Das stimmt. Oh, es ist niemand da. Ja, noch nicht, weil du so schnell bist. Oh Gott, da kommen welche. Oh. Tapp, tapp. Ich bin schon am tappen und unterbrochen. Oh nein. Oh, und die fliegen. So, und jetzt wird geowned. Nice, Fuchs. Danke. Leck bist du, OP. NP. Wird schon hart geowned. Diesen Priester werfen wir als nächstes runter. Und den Jäger. Nein, jetzt hat er mich zurückgezogen, gerade als ich... Oh, fuck. Macht doch nichts. Wir spielen gegen die Russen. Wirklich? Ja, weil wir keine... Also ich habe keine Namensanzeige. Oh Gott, Putin am Start. Gegen Putin haben wir nie eine Chance. Ah, doch. Putin spielt so hart gut, WoW. Das passt doch. Ich versuche mal die zwei Monks hierher zu locken. Ich gebe dir noch was, dass du weniger Schaden bekommst. Pass auf. Monk. Ehehehe. Jetzt habe ich vermankt die Karma-Berührung. Nice. Ich glaube an dich, Bro. Du schaffst das. Ich frage jetzt mal diesen Priester. Geht mir auf die Eier. Und jetzt sind wir mal Hero. Und legen wir mal so ein Ding hin. Oh, ich muss bloß überleben. Priest. Oh nein, der ist gewirbelt. Der ist immun, ja. Ja. Fuck, es war zu früh. Binion, schaut ganz gut aus bei dir. Ja. Warum guckst du so auf mich? Du bist doch kein Heal-Parler, oder? Ja, ich bin... Als Parlerin muss man noch unterstütze Klasse sein. Oh. Hört, hört. Mir was anderes behauptet, ist wahrscheinlich klüger als ich. Aber... Ich stelle bei den Hybrid-Klassen immer so vor, dass man einfach alles machen muss. Tanken, Healen, Schaden, Nahkampf und... Natürlich. Und vor allem Healen, Healen, Healen. Hä, dieser Priest regt mich auf. Aber ich kriege den einfach nicht weg. Der hat sich zu gut positioniert. Jetzt ist er wieder gewirbelt. Karsticke, tut uns. Vielleicht kriege ich ja den EK weg. Ähm! Da fliegt er. Da fliegt er. Mach's gut, Trottel. Und wir haben gut Führung. Ja, wir haben sie hier halt hart gezergt jetzt. Das ist sehr nice. Aber ich glaub, das ändert sich jetzt bestimmt gleich. Und da hat er Karma-Berührung an. Wo bist du? Pet kaputt. Am Abgrund der Gefühle bin ich. Warum bist du da unten? Ich glaub, du bist jetzt da hinten. Ich bin ja hinten. Schau mal. Ich komm wieder an die Flag. Bro. Schmiede Big. Oh nein! TV-Sägewerk. Activate. Schwupp. Wupp, 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 wupp. Oh, das schaffen sie nicht. Da müssen wir hin. Bleibst du hier oben? Nein. Wir gehen zum Hof, Muni. Da hinten ist niemand. Nein! Doch. Fuchs, es ist die Taktik. Was hat man immer verliert? Man muss die drei Deffen, die man hat, nicht immer neu angreifen. Meinst du? Ja, wir müssten jetzt eigentlich da runter. Aber ich hab kein Slowfall. Ich auch nicht. Kannst du mich nicht babbeln? Ja, das kann ich bloß einmal machen. Ja, dann babbel dich. Ich geh da runter. Alle fünf Minuten. Ja, dann kann ich doch auch runterrennen. Aber wenn wir jetzt da oben alles verlassen, dann steht da oben wieder niemand. Wir gehen nur kurz Schmiededeffen. Wir kommen gleich wieder hoch. Bezweifeln mal, dass wir das schaffen. Ich hab dir extra Wasserbehandlung gegeben. Was machst du da unten? Ich hab bloß was geschaut. Nicht du, der Match. Ach so. Ich schreie immer irgendwelche Leute an, weißt du? Auch nicht schlecht. So, wir hüpfen da den Hunter. Hunter, you're going down. Ich geh lieber auf den Hextmeister. Weil der weiß ich, was mir vor schwebt. Oh, da ist ein Shrek hier. Tsch, in your face. Leck ist das strong. Ach, der hat nen Dudo bei sich. Oh, der wurde halt. Wer ist jetzt gefrogged, hä? Wer ist jetzt gefrogged, hä? Oh nein, jetzt haben sie Säge angegriffen. Ja. Piss dich, Priest. Piss dich. Und es macht ihnen nichts. Natürlich nicht. Mega dick, activate! Nice. Ich hab noch das Makro drin von der Arena. Ja, natürlich. Wobei ich glaub, dass es nicht so eine gute Idee ist nun. Was? Wenn wir unsere Makro schreiben mit irgendeinem Namen. Weil ich glaub, dann wissen die Leute, wenn wir unsere Family Makro aktivieren. Ja, das macht ja nix. Das sehen sie auch so. Wenn ich auf einmal irgendein riesen Viech bin. Das Lava Eruption in Börsen. Warum ist jetzt der Mönch schon wieder in ihm? Gleich nimmer. Bam! Garstiger Schurke, komm her. Garstiger Schurke hat mangel den Schatten an. Gestand. Und... Das hat nichts gemacht, weil er gewirbelt ist. Wer wirbelt denn jetzt? Der ist allein gegen fünf... Kartisch wirbel. Oh Gott, Kartisch wirbel. Kartisch wirbel. Aber Kartisch wirbel. Allerweil. Der kommt da gar nicht mehr raus. Allerweil. Jetzt haben sie Stelle auch noch eingenommen. Die Allianz verliert auch Allerweil. Allerweil. Fuck off schon. What? Oh oh. Ich hab das Gefühl, ich hab gleich geschnetzelt. Ich nicht, weil ich geh sie wieder weg. Und geh zur Schmiede hoch. Hey, warum machst du nichts? Kommst du mit? Nee, ich geh zur Stelle. Wo bist du schon wieder? Ach so. Fuck, ich bin ausgeschalten. Tschüss. User disconnect. Was? Ja, wenn du ausgeschalten bist. Oh. Du Fuchs. Ich bin beim Sägewerk. Nice. Das kriegst du lockerflockig. Mit einer Magierin. Oh Gott, sind jetzt wirklich zwei Healer oder was? Das ist ja wohl ein schlechter Witz. Zwei Healer und Entschuldigung. Kann ich hierher kalt und kicken? Vielleicht. Mann munkelt, man weiß es nicht genau. Mann munkelt, man weiß es nicht genau. Mann munkelt. Eine Sekunde. Flügel activated. Oh, ich bin nur MCC. Kann schon. Ich auch. Zumindest entschwecken. Fuck off schon. Oh, das ist ein DK da. Oh, ich kann nichts machen. Ich auch nicht. Ohne Gier macht es halt einfach nicht zu viel Spaß. Also ich bin das erste Mal gestorben. Wie schaut es bei dir aus? Gestorben bin ich noch nicht. Aber ich glaube auch gleich. Ich guck mal, dass ich hier wegkomme. Das schafft man nie im Leben hier. Ohne Gier. Wir haben den Hof eingenommen. Ich glaube, ich habe jetzt meinen Healer im Stichklasse. Komm, bestimmt gleich die Flames. 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 Flame Cake. Flammkuchen. Da geht es ab am Sägewerk. Ich gehe mal tappen. Ist es der mit den Speck und Zwiebeln? Ja. Nein. Komm schon, wäre ich da. Sag mal, wie viele Priester haben die eigentlich? Fuck off. Fünf Stück. Gä? Das ist ja. Abartig. Ich glaube, ich werde verrückt. Ich glaube, ich werde verrückt. Ich habe ihm was zum Heilen gegeben. Oh, jetzt kommt er wieder. Und der Schurke. Goodbye. Ich komme jetzt mal zu dir hoch, Moon, und dann machen wir Damage auf ein Target. Ja, aber die haben wieder zwei Healer hier oben. Drei. Sag mal, sind das alles Discis? Unholy's. So, ja. Was ist denn da oben los? Das ist völlig verrückt. Ich habe zwei Stück geblendet. Auf wen gehen wir denn? Ich gehe auf den ohne Namen. Okay. Ah, ja. Auf den gehst du. Hauptsache, dein Mega-Dick ist activated. Mega-Dick activated! Ey, falle ich jetzt echt runter hier? Ne, oder? Kann ich tacken? Tappen? Ne, weil das der Mönch befindet. Aber der hat überlebt. Ja, ja, die überleben alle, wenn sie da runterfliegen. Warum? Seidens, sie haben nicht mehr so viel Leben. Ich weiß auch nicht. Die haben das, glaube ich, ein bisschen rausgepatcht. Da ist er wieder. Jetzt ist er Piss. Siehst du das? Jetzt will er mich. Ich habe es fast geschafft zu tappen. Ah, fuck. Das war nicht gut. Ne. Okay. Oh, Leck, sind es viele. Aber halt durch, Mumboon. Die heilen sich an Mumboon. Hier kann man nichts machen. Oh, Leck, Schurke, Unmönch. Das schaffe ich. Auf dir? Oder was? Die will ich kicken. Ich muss nur noch ein bisschen nach vorne locken. Voll den Überblick. Noch ein bisschen nach vorne locken. Noch ein bisschen nach vorne locken. Noch ein bisschen nach vorne locken. Und dann, Mega-Dick! Kick! Nein. Alter, aber irgendjemand passt hier extrem auf. Schurke hat ganz knapp überliebt. Und der Mönch hat noch ein halbes Leben. Und da bin ich wieder gesilenced. Ist das garstig. Jetzt mal schauen, ob wir noch ein Healer mal loswerden irgendwie. Ich schaff's nicht zu tappen. Ich auch nicht. Ich bin allerweil verängstigt. So, ich zünd' jetzt alles. Ah, ganz knapp. Ne, ich würd' sagen, wir verpissen uns hier und greifen Mine an oder so. Der Briggs, der kriegt aber auch überhaupt keinen Schaden. Bloß, na gut, vielleicht mach ich auch so wenig Schaden. Oh, vier Sekunden! Drei Sekunden! Zwei Sekunden! Eine Sekunde! Nein! Bei 0,1 hat er mich ge... Oh, leck du Wichser! Da 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 da. Ist das ein Zergfest hier? Ja, Zergfest. Zergfest activate! Zergfest activate! Fächtern, oder... halt äh kaltes Essen Brot und Wurst und so er wird es noch mal gefrockt hier ich sagte der Wettkipp und dann machen wir noch mal mega detektivate und jetzt ballern wir mal den 1 DC her weg holies alle haben sie noch die Schmiede und sie schieben der Putin einfach zu strong ja was ist los mit ihr was ist mit dem DC es war ein Holien hat Flügelchen an und alles aber ist hier oben einfach und nichts geht ich will mal wieder jemand runterkicken mehr mit langweiligem da ist ich habe gekittet für 12.000 geht es hier eigentlich bergauf oder warum bleiben die immer an dem Gras hier hängen wenn ich die kicken will ja ein bisschen geht schon bergauf das ist doch bescheuert das alte Aratibecken war noch anders da ging es hier bergauf oh jetzt haben wir ihn guck nein er hat Engel instant in your face und nochmal das gibt es doch echt nicht ich habe schon alles gezogen und da fährt er mich oh die 3 kriege ich welche 3 die hier lockt sie hier her auf wem hauen sie rum auf einem Krieger ja den spiel ich leider nicht Herrgott nochmal dieser eine Priest hierher ich mache an ihm keinen Schaden die haben auch dazugelernt die lassen sich nicht mehr runterkicken und so ja natürlich warum sollten sie auch ach das sind dumme Hordis die können sich doch mal runterkicken lassen ja aber es sind halt Putin Hordis da der Shadow wo? da ist der Mönch noch ja jetzt habe ich erstmal wieder CD äh noch 15 komm geh mal auf den angeschlagenen Glister alles klar Bro oh ich bin geführt ich auch ich bin da raus ich nicht ich stelle jetzt hier mal dieses Silence Totem auf das genügt sich viel zu selten und BAM wenn es so weiter geht bin ich bei der Stelle gleich warum hat es jetzt den nicht wegschmissen kick ja nice gekickt jawoll den Hammer nice too easy hey jetzt auf den halben auf den halben Mönch ne ich geh auf den anderen Priest steht da noch einer rum ja an der kann man haben ja das Shadow ne ist ein Holy dann kriegen wir auch noch ach den da hinten meinst du da ist ein Down ne ist er nicht so ein Fuchs die absorbiert das gibt es nicht jetzt komm her du gehörst mir nein wo ist es da BAM Todesstoß gesniped sehr gut okay jetzt haben wir das BG fast verloren was können wir jetzt noch machen aber wir haben die Schmiede jetzt holen wir uns noch Stall go ach du bist schon wieder auf dem Weg oben war clear oder oh Gott sind hier viele beißt er an ja komm den Schnappbond zu zweit nein 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 nicht aufhalten lassen weitergehen keine Zeit zum Wasser locken hier zum Wasser locken damit ich sie runter kicken kann hierhin ja lass ihn kommen nein jetzt hat er mich CC falsche Richtung oh wei oh wei ich support dich ein bisschen ich kann nichts tun ich bin geslowt und allah fuck ich glaub es sind zu viele oh Gott sind es viele oh hast du mir die coole Dingsbubble gegeben ja oh die fallen nicht mehr drauf rein Fuchs da den Nikar vielleicht ich kann ja kein Grotteschild geben warum nicht wahrscheinlich habe ich noch Abklingzeit weil du mir gerade das andere gegeben hast das kann gut möglich sein die teilen sich das doch du hast auf jeden Fall einiges von mir Muni oh Gott ich verreck bestimmt ich weiß es eine Horde gewinnt in 10 Sekunden so lange überlebe ich noch User left your channel der Tobi wo bin ich nice ok immerhin ein bisschen Schaden zugefügt oh ja ich auch oh ja Königin Gelb GG meine lieben Freunde wir haben im Anschluss noch ein kleines Bonus Material für euch weil wir vorher schon mal versucht haben in ein BG zu kommen deshalb wenn es euch gefällt denkt bitte dran das Video zu bewerten zu kommentieren und wir sehen uns am Freitag in der Arena vielen Dank fürs Reinschauen ich bin Moonboon und ich bin der Fuchs und wir sind raus ciao ciao tschüss tschüss hey Leute wasa ach das ist schon angefangen Fuchs ich weiß fuck this shit machen wir das ähm mir egal ok ziehen wir's durch hey Leute wasa Moonboonia herzlich willkommen zurück bei Battlegrounds mit Moonboon wir befinden uns wir befinden uns in einer angefangenen Schlacht um Gilneas und werden hart geowned und ich bin auch dabei hallo Fuchs hallo Moonboon hab ich echt vergessen dich vorzustellen ja es ist irgendwie so selbstverständlich dass du da bist echt ah die haben alle drei Basen das ist eh gelaufen das wird ein Schlachtwolf im 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 Schafspilz irgendwie sowas oder? der Schlachtwolf im Schafspilz oh damn also jetzt holen wir nochmal alles raus ok ich geb dir jetzt dass du nichts machen kannst oder kannst du was machen? ja ja weil ich Caster bin ach so das ist sehr gut das musst du dir merken am besten schreibst du dir ein Makro mit meinem Namen damit dass du es immer mir gibst ok kann ich dir auch ein Makro dann geben die machen Pyro Meister ja ich zieh alles was ich hab ich nicht ich geb mir die CDs für das nächste BG auf ok das sind so eben wieder resettet oder? nice ach du bist schon wieder vorbei oh alter war das ja ein gutes BG Fuchs nice ok Leute wenn euch das BG gefallen hat denkt dran es werden zu kompieren und wir sehen uns wieder nächste Woche Montag vielen Dank fürs reinschauen ha 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 verarscht verarscht was? ach Montag ist ja BG Tag ich glaub du bist BG Tag ich glaub Arina ist BG Tag ha 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 ok ich glaub ich hab mal auf aufzunehmen das ist ja das ist ja ich glaub ich auch es ist ja